Das ist meine Tochter Hanna. Sie hatte schon immer eine Vorliebe für bunte Sachen. Wie ihr Bruder. Das freut mich. Das kann sich aber leider schnell wieder ändern. Falls Sie Interesse haben, meine Mutter hat immer Lust auf einen kleinen Fick. Ist echt alles okay mit dir? Das ist alles super. Das ist der Grund, warum du nie aus dem beschissenen Kaffee raus bist. Melanie. Was hast du denn vor? Familienfeier. Was, hier? Ja, ist doch schön hier. Aufseitig! Komm raus, Jumpf! Ich hab was zu fressen! Nimm sie es nicht persönlich. Sie ist leider auch nicht ganz. Gott sei Dank. Sie kann doch nichts dafür. Scheiße hier! Wer füttert denn damit die Füchse? Du Fuchs. Dann lassen sie wenigstens die Hasen in Ruhe. Ich habe es nicht wahr, dass du füchst. Nicht so. Ich habe die Füchse. Das ist her. Ich bin ich неысли förberge.